So, damit begrüße ich euch zu einem kleinen Informationsvideo rund um NGL Biathlon, weil jetzt eben wieder einige Fragen kamen. Wie kann ich das Spiel bekommen? Wie kann ich es installieren? Einige haben anscheinend dann doch auch ein bisschen Probleme damit. Es gibt es natürlich nicht über die großen Plattformen, ist aktuell nicht bei Steam, sondern man kann das eben eigentlich nur über die Nordic Games Lab Seite oder eben auch die Patreon Seite momentan runterladen. Also wir konzentrieren uns jetzt mal auf den einfachsten aller Wege. Also wir googeln natürlich erstmal NGL Biathlon, dann kommt auch genau diese Seite. Wir klicken dort ganz mutig drauf. Dann kommt der Bildschirm, wo man auch nochmal schön nachvollziehen kann, wie viel Arbeit die Entwickler dort auch reinstecken. Es gibt eine Winteredition, es gibt eine Sommeredition. Man sieht hier auch die verschiedenen Verbesserungen, die nach und nach immer wieder dazu kamen. Wenn man dann hier oben auf Download Now klickt, dann kommt man hier auf diese Seite und dann nicht erschrecken, wenn ihr jetzt zum Beispiel minderjährig seid und aktuell kein PayPal zum Beispiel habt, dann ist es trotzdem so, dass ihr das Spiel runterladen könnt. Wenn ihr allerdings schon arbeitstätig seid und zum Beispiel ein eigenes PayPal-Konto habt, dann schadet es glaube ich nicht, die Entwickler auch zu unterstützen. Das ist wirklich ein tolles Spiel. Die stecken da viel Arbeit rein. Multiplayer-Modus ist jetzt neu integriert und auch einiges andere ist wirklich tip top. Wie gesagt, wenn ihr jetzt allerdings nicht über Geld verfügt, das ihr momentan den Entwicklern geben könnt, ist auch gar kein Problem. Einfach hier oben auf No Thanks, Just Take Me to the Downloads drücken und dann landet ihr auch schon auf der Download-Seite. Da gibt es dann eben die Sommerversion. Jetzt momentan im Winter muss wahrscheinlich nicht unbedingt sein, deswegen nehmt ihr einfach hier oben den Download-Balken. Ich klicke jetzt einfach mal drauf und dann startet hier unten euer Download. Ich breche das jetzt allerdings gleich mal ab, weil ich es natürlich schon runtergeladen habe. Wenn der Download fertig ist, dann geht ihr bei euch in den Download-Ordner. Da schauen wir gerade mal, da sind meine Aufnahmen. Habt ihr jetzt auch mal live gesehen. Also es geht in den Download-Ordner und dann müsste das bei euch natürlich hier oben eigentlich relativ weit oben stehen. Dann habt ihr hier diese Datei NGL Biathlon Beta 1.64. Dort macht ihr den Rechtsklick drauf und allerdings, um diese Datei dann eben fertig zu bekommen, weil mit dieser Datei könnt ihr erstmal noch nichts anfangen. Da kann man nicht mit spielen oder sonst irgendwas. Ihr braucht nämlich noch eine andere Datei dazu, um das zu entpacken. Viele werden das kennen, aber wie gesagt, ich mache es jetzt wirklich mal auf dem einfachsten Weg, damit eben alle das Spiel auch relativ leicht runterladen können und eben auch zum Laufen bekommen. Dann braucht ihr die Datei WinRAR. Ich weiß nicht, ob das so ausgesprochen wird. Wir sagen einfach WinRAR jetzt ganz deutsch ausgesprochen. Auch da googelt ihr einfach. Es ist auch eine kostenlose Version, die ihr hier runterladen könnt. Einfach hier draufklicken. Dann startet hier unten der Download und dann könnt ihr dieses Programm hier auch relativ leicht installieren. Ich drücke jetzt trotzdem mal auf Nein, weil es natürlich schon installiert ist. Sobald dieses Programm installiert ist, könnt ihr nämlich im Download-Ordner dann einfach den Rechtsklick auf diese Beta machen und dann eben auf Dateien entpacken. Und dann könnt ihr euch überlegen, in welchen Ordner wollt ihr diese Dateien denn entpacken. In dem Fall habe ich es zum Beispiel in den Games-Ordner reingepackt. Und wenn wir da einmal ganz kurz reinschauen in den Games-Ordner, dann müsste das bei euch nämlich ganz genauso aussehen. Also dann habt ihr hier diese NGL-Biathlon-Datei. Die ist natürlich relativ klein. Die anderen Ordner sind hier auch noch mit am Start und nerven auch ein kleines bisschen. Aber ist nicht schlimm. Wenn ihr dann NGL-Biathlon öffnet, dann kommt ihr hier rein. Made with Unity. Und dann seht ihr auch schon, hier könnt ihr die beiden Datenbanken dann auswählen. Und wie man jetzt die WorldDB reinbekommt, das schauen wir uns natürlich auch noch schnell an. Gehen einmal wieder schnell aus dem Spiel raus. So schnell geht es leider nicht. Dauert immer ein kleines bisschen. Aber das ist, glaube ich, der einfachste Weg, das Spiel zu bekommen. So, wir machen mal ganz kurz den Sprung rüber auf unseren Discord-Channel. Da steht jetzt auch schon, habe gerade das für ein Tutorial-Video mal hier gepostet. Leider hat das Mikrofon gerade geknistert mal wieder, weswegen ich dann das Video jetzt gerade nochmal aufnehmen muss. Ist aber nicht schlimm. Also, was ist die WorldDB? Wir sind in meiner Karriere, die ja Flop to the Top heißt, sind wir in der vierten Liga des Biathlon-Weltcups angekommen und versuchen uns dort nach oben zu arbeiten. Wenn man allerdings diese WorldDB nicht hat, dann fehlen einem einfach Athleten, um wirklich diese Fülle auch drin zu haben. Also, deswegen habe ich hier den Download mal mit reingestellt. Folgender Weg. Diese Nachricht ist jetzt aktuell hier noch relativ leicht zu finden. Falls hier jetzt nochmal mehr Leute bei Wintersport reinschreiben, dann wird das natürlich schwieriger. Hier oben sind die angepinnten Nachrichten. Da ist dann einmal die WorldDB, die Datei und einmal auch die Skischule, die Benni für uns mal aufbereitet hat. Also, bei welchem Wetter sind welche Skier denn auch die besten? Also, da habt ihr wirklich einen guten Überblick. Oben die Datei einfach drauf gehen, dann wird die Datei runtergeladen und dann könnt ihr die natürlich auch wieder bei Downloads finden. Da oben haben wir die WorldDB und dann zeige ich euch jetzt gerade nochmal den Pfad, den ihr dann auswählen müsst, um die Datei eben zu speichern. Also, das werde ich auch nochmal in die Videobeschreibung reinschreiben. Das ist quasi der Pfad hier oben. Also, Nutzer, Appdater, Local Low, NGL, NGL Biathlon, Beta 1. Und dort dann einfach die WorldDB rein kopieren und dann weiß das Spiel, okay, jetzt habe ich mehr Athleten mit drin. Also, das sind dann weit über 100 Athleten, die man auswählen kann, die auch nochmal ein bisschen angepasste Werte haben, die vielleicht ein bisschen stimmiger sind als die der Entwickler. So, ich glaube, ich habe nichts vergessen. Wenn ihr Fragen habt, dann wie gesagt einfach bei uns auf den Discord-Channel kommen. Der Link ist in der Videobeschreibung und ich glaube, es ist auch ganz fair, dass man jetzt einfach nochmal ein paar Leute mit rüber auf den Discord-Channel lockt. Wir haben hier eine richtig coole Community, die sich auch häufig trifft, nochmal zum NGL Biathlon zocken. Hier wird jetzt Among Us nochmal mit reingebracht für den heutigen Abend. Aber trotzdem, NGL Biathlon wird auch häufig gezockt im Multiplayer. Also, wer da Lust hat, mit anderen Leuten noch ein bisschen zu üben quasi, aber auch den Wettbewerb mag dann einfach mit rüberkommen. Und wenn weiterhin Fragen sind zur Installation, können wir die natürlich hier auch viel, viel einfacher beantworten als aus den YouTube-Kommentaren. Also, dann einmal Dankeschön fürs Zuhören, viel Spaß weiterhin beim NGL Biathlon und vielleicht trifft man sich ja auch mal irgendwann im Multiplayer.